das wer kommt jetzt jetzt kommen wir hinten oder was wieder wir haben alles kurz rechtlich immer ganz ganz kurz drüber denn da hinten denn wir versuchen den da hinten mal kalt zu machen alter jetzt kommen die von allen seiten legt mich doch alter das gibt's doch nicht leckt mich doch haben man nicht warum das wird doch jetzt wohl nicht so schwer sein daran zu kommen also ich bitte euch also also ich bitte die spüren durch spitze ist okay dann müssen wir taktischer vorgehen wir brauchen auf jeden fall mehr pfeil wir brauchen auf jeden fall mehr zeug so wir haben hier einen richtigen langbogen ist ja okay jetzt haben wir hier wieder alles verkaufen wir gerade mal kurz alles was wir nicht brauchen wir kaufen jetzt sind wir kurz langbögen pfeile preis so okay jetzt gehen wir ins inventar und verwirte kurzbogen rostige muskete schaden 35 und der hat schaden 30 der macht reichweite hoch genau verkaufen wir gerade mal kurz den hier dann ziehen wir das hier rein was was hier waffen wir haben ja eine gewöhnliche pistole ok dann kaufen wir sie gerade mal kurz dann passt es dann ja ich weiß doch genau was kommt ich stelle es mal kurz hier hoch was welche richtung kommen die denn immer okay ich habe jetzt eine andere alter war es viel geräusche wie im urwald ich versuche gerade mal die hier hoch zu locken vielleicht haben wir damit ja eine chance alter die kommen und dann machen wir gerade mal ganz kurz kurz den hier hoch gut wir haben nur ein bisschen leben verloren sagen wir das hier mal ganz kurz ein trinken noch noch kurz was und dann passt es dann locken wir jetzt so zurück dann sparen wir uns jetzt so ein bisschen leben ich hoffe doch sehr kann auch sein dass wir uns gar nichts sparen warum schließlich denke ich immer ein bauch ich habe keine ahnung wo die drecksau haben wir jetzt zwei sind schon mal weg für uns das nur noch der eine und da und da hinten rum sind das menschen sind das menschen gegen die wir da kämpfen die wir gerade abknallen sind das menschen haben nämlich echt keine ahnung haben wir 100 rostige muskete gewöhnliche pistole das passt halt hier haben wir 8 und hier haben wir 5 ok er kommt nicht das heißt wir haben ihn abgelenkt ich hoffe doch aber so wichtig ich weiß es doch ganz genau das ist doch mal zwei kommen wo ist welche richtung da auch bloß ab durch und durch ja 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 gut da hinten da oben sagen wir wir versuchen gerade mal kurz da hoch zu gehen ich habe doch keine ahnung ob das wirklich eine gute idee ist oder nicht nicht wurde feige getötet na scheiße 10 von 15 ok das heißt wir finden wahrscheinlich in jedem in jedem neuen abschnitt oder so vielleicht ein kraft das heißt 10 von 15 11 im 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 und jetzt geht es uns klar laden wir noch mal ganz kurz nach bevor wir angehen bitte läuft doch wir stehen euch nicht was gar nicht was alter du drecksau natürlich ist er kann fast zum wiederbeleben scheiße geld ok ich bin es tut mir leid aber wir müssen zurück wir haben nur noch 27% leben und ich will nicht verrecken das heißt wir noch mal kurz zurück tanken noch mal kurz live dann passt es das ist ja eh kein sohn weg jetzt neben der abkürzung ich glaube dass das ein fehler war die abkürzung zu nehmen na bitte da oben da wären wir schon ja ja sinn ja gut wir haben wir noch hätten das geld ihr könnt werden noch zum geld machen 166 naja ok ich hoffe nur ich bin laut genug weil mein mikrofon ist doch relativ leise also finde ich und hab ich keine ahnung also ich habe alles versucht das laute zu bekommen ich werde mir demnächst auch ein neues headset bestellen und ja dann passt es einfach nur ja ne schaffst du fand so ne war mein letztes setzer das gibt auch ein bisschen den geist auf hat man ja manchen let's plays gehört leider und ja aber seitdem seitdem es seitdem das mikro und diese lautstärke ist habe ich echt keine man so haben die letzte hat die aufnahme sozusagen keine probleme mehr vom sound her mit dem mikrofon muss ich ehrlich zu geben und ich versuche gerade mal kurz ob wir hier vielleicht irgendwie außen rum gehen können oder so ja natürlich da hinten da kommt noch einer alter leck mich am arsch boah die drecksau alter hauble ab du und du alter alter nein da ist er wieder boah die drecksau ok dann kompliziert tot abschieben scheiße wir müssen hier weg wir müssen hier weg wenn wir überleben wollen müssen wir unbedingt weg scheiße zurück leben tanken leck mich doch am arsch nein so laufen wir nicht ist nur eine gefahr da oben können wir ja kein leben tanken alter warte wir gucken gerade mal hier am weg ob wir hier gleich irgendwo ein fass finden was ich ehrlich gesagt bezweifle aber es wäre vielleicht möglich und tschüss scheiße die kommen scheiße gut das kann lustig werden wenn wir jetzt alle na super alle hier weg locken aber das ist dumme Pistenelke der hat geschossen ich will nur nicht verrecken das ist alles dies war sind futsch so das letzte mal dass wir zurück gehen sonst wird es irgendwann langweilig die 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 das die 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 die